Hallo Leute, willkommen zu einem etwas ernsteren Video und dementsprechend sage ich gleich mal Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ja, worum geht es in dem Video? In dem Video geht es um das ABG Mega Forum, um meinen YouTube Kanal, um ABG Mega Events und es geht um ein etwas ernsteres Thema, was ich gerne ansprechen wollen würde. Und ich hoffe, dass ihr euch das Video anguckt. Es ist sehr interessant, denke ich mal, für den einen oder anderen. Und wir fangen erstmal mit dem Forum an. Das Forum, das abgmaker-mv.de-Forum wird demnächst geschlossen und dafür gibt es ein neues Forum, das GameDevCafé. Da ist der Link in der Videobeschreibung. Zum GameDevCafé. Da meldet ihr euch einfach mal an. Das fände ich mega cool. Und dann kriegt ihr jetzt eine kleine Aufgabe. Ihr kriegt jetzt eine kleine Aufgabe von mir. Und ich hoffe, dass ihr diese Aufgabe auch erfüllt. Da habe ich nämlich mega Bock drauf. Ihr klickt dann, nachdem ihr euch angemeldet habt, klickt ihr auf Forum. Und dann klickt ihr auf Mitgliedervorstellung und drückt hier auf neues Thema. Okay? Und dann schreibt ihr hier eine witzige Nachricht rein. Irgendwas, was mich zum Lachen bringt. Ihr könnt auch erstmal was Ernstes schreiben und dann am Ende einen kleinen Witz schreiben. In jedem Fall taggt mich mit At DonF204. Er erkennt er auch sofort. Sehr schön. At DonF204. Er kennt er. Damit taggt ihr mich einfach, damit ich weiß, dass das jetzt ein bisschen an mich geht. Mehr oder weniger. Und ihr könnt auch über mich sprechen. Ihr könnt auch irgendwas Witziges über mich schreiben. Hauptsache ihr taggt mich dabei. Ähm, und Ja, ihr könntet zum Beispiel schreiben Ähm, DonF204 hat mich gezwungen, mich hier anzumelden. Er sagte, entweder kommt dein Account auf den Server oder dein Gehirn. Sowas in der Richtung. So ein Pate-Zitat, ne? Ähm, oder Oder sowas wie Eigentlich wollte ich mich nicht anmelden, aber dann lag plötzlich ein Pferdekopf in meinem Bett. Sowas ungefähr, okay? Halt was Witziges. Ähm, wer sich bereits vorgestellt hat, eine Mitgliedervorstellung gemacht hat Ähm, und bereits angemeldet ist, aber trotzdem irgendwie was Lustiges, äh, beitragen möchte. Weil, ich werde das dann nämlich streamen. Nächste Woche, Samstag. Nächste Woche. Nicht diese Woche, Samstag. Nächste Woche, Samstag werde ich das nämlich streamen. Werde mir das im Stream live durchlesen alles. Wird bestimmt mega witzig. Und, ja, wer mir, ähm, trotzdem was Lustiges zukommen lassen will, kann das natürlich auch in meinem Profil tun. Ähm, werde ich auch in der Videobeschreibung. Und dann schreibt ihr einfach hier ein cooles Kommentar rein. Einen coolen Kommentar, über den ich lachen kann. Gut, das sind die Aufgaben. Bringt mich zum Lachen. Wir gucken uns das einfach mal live im Stream an, äh, was ihr für ein Blödsinn geschrieben habt. Ähm, ich hab da mega Bock drauf. Und ich hoffe, da machen ein paar Leute mit, damit sich der Livestream dann auch lohnt. So. Das war dann das. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ihr euch dann so im Forum so ein bisschen umguckt, dann werdet ihr irgendwann auf die Kaffee-Gems stoßen. Ähm, da ist zum Beispiel der Summerbreak-Jam. Der startet heute. Genau. Heute. Erster, Sechster. Der startet heute. Und überschneidet sich dementsprechend mit meinem Event. Das ist ein bisschen ungünstig. Und da weiß ich, dass auch die einen oder anderen bei dem einen Event mitmachen wollen. Und bei meinem Event. Dementsprechend bei beiden gerne mitgemacht hätten. Aber das ist sehr schwierig bis unmöglich. Ähm, und da hab ich mich mal mit Kentaro zusammengesetzt. Wir haben uns mal hingesetzt, ein bisschen geschnackt, privat. Und wir wollen in Zukunft gemeinsame Events machen. Das nächste Summer-Event, nächstes Jahr 2024, machen wir gemeinsam. Ich, Kentaro, my bro, wir machen das gemeinsam. Das ist eine coole Sache, oder nicht? Und wenn ihr jemanden kennt aus dem RPG-Atelier, weil ich kenne da nämlich niemanden. Wenn ihr da jemanden kennt, schreibt den an, sagt dem, hey, melde dich mal bei Kentaro oder DonF204. Ups, falsch. Ah, so, jetzt tritt ich. Genau, bei DonF204 oder bei Kentaro. Sollen die sich melden, dann machen wir ein großes Summer-Event mit mehreren Communities zusammen. Oder wenn ihr YouTuber seid, ähm, und, oder, oder Streamer seid oder so im RPG-Maker-Kontext. Und ihr wollt das Ding mitveranstalten, den Summer Jam, den nächsten. Wendet euch an Kentaro oder an mich. Das fände ich mega cool. Also, wenn ihr Veranstalter sein wollt, nicht Teilnehmer, sondern Veranstalter, dann wendet euch an mich oder Kentaro. Okay? Das fände ich so super, wenn wir ein riesengroßes Event aufziehen. Für die deutsche Community. Für euch. Das wäre doch mega cool, oder? Jetzt könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie cool das ist, oder? Ähm, weil da muss keiner entscheiden, mache ich bei dem Event mit, mache ich bei dem Event mit, mache ich das, mache ich jenes. Nein, ihr macht einfach bei dem großen Big-Ding mit. Gut. Aber nicht nur das. Ich habe noch mehr anzukündigen. Hey, ich bin DonF204 und ihr wisst, DonF204, der hat immer noch was im Petto. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, denke ich mal. Habe ich mit Kentaro gesprochen, abgeklärt, habe gesagt, hey, komm, nächster Summer Jam, mach mal zusammen, Kentaro so, yo, läuft. Ähm, war cool, war schnell abgeklärt. Kentaro ist da sehr, ähm, cool drauf. Finde ich super, danke Kentaro, bist echt ein cooler Dude. Ähm, könnt ihr auch mal alle in die Kommentare, danke Kentaro, schreiben. Ähm, genau. Es gibt nämlich noch zukünftige Events, äh, zum Beispiel am 1.10. bis 17.12. des Jahres gibt es den Dark Season Jam. Ist ein bisschen ungünstig, fällt nämlich Pi mal Daumen auf mein Herbstevent, was ich ebenso schon bereits angekündigt habe. Deswegen verschiebe ich mein Herbstevent. Wir machen geschlossen, als meine Community, machen wir geschlossen hier bei diesem, ähm, Dark Season Jam mit. Okay, ihr macht da mit. Und vielleicht lege ich auch noch was zu den Preisen dazu oder so, da spreche ich vielleicht nochmal mit Kentaro irgendwas ab oder so, mal gucken. Ähm, und ich mach da vielleicht auch mit. Und, äh, und wenn es nur was Kleines ist, irgendwas einreichen. Hauptsache, man hat ein bisschen Spaß und so. Äh, einfach als Community gemeinsam machen. Und mein Herbstevent verschiebt sich dann auf nächstes Jahr und startet dann wahrscheinlich einen Monat später, ähm, so Mitte, Ende Januar. Ihr habt dann einen Monat vor Schnaufpause, könnt ein bisschen chillen und, ähm, könnt dann bei mir mitmachen. Und das fände ich mega cool, wenn ihr dann bei mir mitmacht und bei Kentaro's Ding mitmacht. Also, ähm, wenn ihr einfach bei beiden Events mitmacht. Und das ist mein Gedanke, dass ihr nicht mehr entscheiden müsst, A oder B, sondern ihr kriegt beides. Einfach beides. Das ist doch richtig lecker, oder? Das schmeckt doch, oder? Also, das ist nochmal ein Ding. Des Weiteren, nächstes Problem. Okay, ähm, mir ist aufgefallen, dass der Summer Break Jam, ähm, eine Woche nach meinem endet. Das ist dann ein bisschen knapp für mein, ähm, hier, für mein Game Jam. Ach, Quatsch, Game Jam, was labere ich für mein Showcase? Ha, 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 jetzt geht's los. Jetzt, 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 jetzt bricht der Rinderwahnsinn aus. Nein, Spaß. Ähm, für mein, für mein Showcase, der im August ist. Darauf hat mich Zion hingewiesen. Danke Zion dafür. Ich hab's mir durch den Kopf gehen lassen. Und, ähm, ja, das ist ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Weil am 14.07. endet dann das Event hier. Und dann wollt ihr vielleicht auch noch ein paar Spiele von dem Event hier spielen. Und, ähm, ihr wollt dann nicht für den Showcase was vorbereiten in der Zeit. Das ist mir durchaus klar. Ich bin ja noch nicht dumm. Ähm, ja genau, hier am 16. beginnt ja dann irgendeine Abstimmung, genau. Und dann wollt ihr ja auch die Spiele spielen, um bei der Abstimmung teilzunehmen und so. Dann habt ihr gar keine Zeit, ähm, irgendwas für den Showcase vorzubereiten. Das ist mir durchaus klar. Ich bin ja nicht komplett doof. Ähm, dementsprechend verschiebe ich mein Showcase. Und das ist jetzt richtig pain in the ass für mich. Und ich hoffe, dass ihr mir das auch ein bisschen dankt. Ein bisschen zumindest. Ey, ihr müsst mir sonst nichts danken. Wirklich für nichts. Aber dafür müsst ihr mir jetzt wirklich mal ausnahmsweise mal danken. Also, da wäre ich euch wirklich sehr verbunden. Und dankt mir nicht, indem ihr Danke in die Kommentare schreibt. Dankt mir, indem ihr was für den Showcase einreicht. Ich verschiebe den Showcase auf September. Ich habe nämlich normalerweise im August Urlaub. Und das jetzt schon seit dem ganzen Jahr quasi geplant. Ähm, der Showcase ist quasi schon ein Jahr lang geplant. Den habe ich letztes Jahr angekündigt für August. Letztes Jahr war aber irgendwie scheinbar allen egal. Ähm, deswegen verschiebe ich ihn jetzt trotzdem auf September. Ähm, ist ungünstig und nicht so geplant. Aber machen wir jetzt einfach mal so. Ja, ich habe dann keinen Urlaub. Das ist für mich richtig pain in the ass. Wird für mich mega stressig. Weil im Urlaub ist sowas natürlich wesentlich entspannter für mich. Wesentlich entspannter. Ähm, aber so ist es halt im Leben. Und ich mache das für euch. Nicht für mich, nicht für Kentaro, nicht für das Forum. Ich mache das für die Community. Für euch. Dass ihr schön alles genießen könnt. Alle Events übelst geschillt rangehen könnt. Ja, dann ist es für mich halt nicht geschillt. Aber für euch. Und das ist das, was ich möchte. Dass ihr halt ein bisschen entspannter an die Sache rangehen könnt. Ihr einfach Spaß habt mit den Events. Und das ist doch der Sinn der Sache. Genau. Dann hatte ich ein nicht angekündigtes Event im Januar geplant. Das wird komplett gestrichen. Das wird komplett gestrichen. Ärgert mich sehr. Das ist für mich auch persönlich pain in the ass. Weil ich das schon seit Jahren plane. Also das plane ich schon seit mehreren Jahren. Seit, keine Ahnung, ewig. Wirklich ewig. Das plane ich schon ewig. Das wollte ich schon immer mal machen. Quasi gefühlt schon seit ich meinen YouTube-Kanal habe. Wollte ich das machen. Ist unangekündigt. Nur Speedy weiß davon. Sonst niemand. Dementsprechend juckt es euch wahrscheinlich auch nicht. Ist aber für mich echt ärgerlich und traurig. Dass ich das jetzt komplett ausfallen lasse. Das lasse ich komplett ausfallen. Und verschiebe es wahrscheinlich dann auf, keine Ahnung, Sandnimmerleins Tag. Ich weiß es halt echt nicht. Okay. Das ist ein bisschen schade. Aber anders geht es zeitlich einfach nicht zu planen. Ich weiß nicht. Vielleicht verschiebe ich es. Ja, keine Ahnung. Überlege ich mir dann. Ja. Ist ein bisschen schade. Aber so ist es halt im Leben. Gut. Genau. Das war es zu den Events. Meiner verschieben sich nach hinten. Oder fallen komplett aus. Damit ihr im Forum mitmachen könnt. Entweder macht ihr hier bei dem Summer Break Jam mit. Oder falls ihr bei meinem ja bereits mitmacht. Ich habe ja auch ein Event. Was am Start ist. Ist übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Event. Auch der Summer Break Jam. Den werde ich auch verlinken. Ja, ich mache gerade Werbung für einen anderen Jam. Der zeitgleich läuft wie meiner. What the heck, man. Das mache ich doch offensichtlich nur für die Community. Ich habe doch nichts davon. Also, das müsst ihr mir doch wirklich mal danken. Mensch. Jetzt seid doch mal dankbar. Nee, Spaß. Alles gut. Ich mache nur Spaß. Aber es ist wirklich so. Ich sehe auch das Forum nicht als Konkurrent. Sondern als Ergänzung. Das Forum ist eine tolle Sache. Und ich danke Kentaro und allen anderen, die sich da so reinknien. Und ich hoffe einfach, dass ihr euch da weiter reinkniet. Und ich hoffe, wir machen zusammen ein cooles Sommer Event nächstes Jahr. Wäre mega cool. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Das Thema wird jetzt ein bisschen ernster. Und zwar die allgemeine Stimmung in der Community. Die ist teilweise sehr düster. Ich werde jetzt mal von 2005, da war es noch düsterer, etwas vorlesen. Das hat mir einer meiner Zuschauer zugeschickt. Danke dafür. Das war hier Neo Krypton. Macht so Retro Streams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mal folgen. Habe ich schon gemacht. Auf jeden Fall könnt ihr auch mal folgen. 102 Follower jetzt. Sagen wir mal 112 schaffen wir doch auf jeden Fall. 10 Leute werden sich doch da finden. Einfach mal Neo Krypton mal zu followen. Ihr könnt ja mal in die Streams reingucken. Auf jeden Fall, ob euch das gefällt oder nicht. Genau. So. Und er hat 2005. Ja, das ist eine ganze Weile her. Er hat 2005. Hat er seine Demo hochgeladen. In dem RPG 2000 Forum. Hat er seine Demo hochgeladen. Kennt ihr. Habt ihr sicherlich auch mal gemacht. In irgendeinem Forum eine Demo hochgeladen. Und habt euch gefreut. Und dachtet so. Ja, geil. Erstmal so mal gucken. Was sagen denn die Leute dazu. Hat er sich auch gedacht. Ja, was sagen denn die Leute dazu. Und ja. Ähm, genau. Ähm. Nun ja. Dann habe ich mich mal durch deine Story gequält. Also. Ähm. Ihr versteht worauf ich hinaus will. Man könnte das auch anders formulieren. Ähm. Aber es geht auch so weiter. Das hört ja auch nicht so auf. Hm. Noch mal ganz kurz zu den Screenshots. Äh. Ja, genau. Oder auch nicht. Das einzige was mir dazu einfiel. War ein ganz großes. Roffel. Grottiges Mapping. Kombiniert mit RTP. Gleich gleich. Unterste. Grafikklasse. Und ja. Bestimmt. Haben wir alle mal mit Standardsets gearbeitet. Nämlich als wir den Maker das erste Mal in die Hand nahmen. Und noch keine Ahnung von nichts hatten. Ergo schlechte Ausrede. Fazit. Eine der schlimmsten 0815 Storys der letzten Jahre. Grausige Screenshots. Eine Präsentation aus der Hölle. Und dummer Titel. Daraus Schlussfolgere ich. Willst du uns veräppeln. Das steht da halt for real. Das wurde nicht irgendwie wegmoderiert oder sonst irgendwas. Das steht da for real. Und ihr wundert euch, warum die Community so klein ist. Ihr wundert euch, warum die Community so klein ist. Es geht auch so weiter. Das hört ja nicht auf. Wisst ihr. Hat das Spiel eine Existenzberechtigung? Die Story ist recht wenig. Und so weiter und so fort. Bla bla bla. Ja. Geht halt nur so weiter. Das Spiel wird halt runter gemacht bis zum Abwinken. Ist halt sein Erstlingswerk, glaube ich. Und halt auch nur eine Demo. Und er wollte einfach mal eine Meinung hören. Ja, man könnte jetzt sagen, das ist eine Meinung. Aber stellt euch vor, ihr seid jetzt relativ jung. Habt keine Ahnung von RPG Maker. Ladet eure erste Demo hoch. Und ihr bekommt solche Kommentare. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr dann nochmal eine zweite Demo hochladet? Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr euch da willkommen fühlt? Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr dann irgendwann mal wiederkommt in das Forum? Oder überhaupt irgendwann mal wieder was postet oder sonst irgendwas macht? Je nach Typ vom Mensch sehr unwahrscheinlich. Ähm, dass man sich das dann nochmal antun möchte. Ähm, weil das ist auch nicht konstruktiv. Grottiges Mapping. Ja, was ist denn grottiges Mapping? Was, 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 was kann er denn nicht wenigstens erklären, was an den Maps grottig ist? Versteht ihr, was ich meine? Und ja, ähnliches, nicht ganz so krass, wohlgemerkt. Aber ähnliches sehe ich auch heute noch in den deutschen Foren. Da wird einfach extrem viel Hate abgeladen zum Teil. Nicht ganz so krass, okay? Das ist dann eher mehr durch die Blume ein bisschen passiv-aggressiver als offensiv-aggressiv. Ähm, aber es ist trotzdem unschön. Und das kann Anfänger dazu bringen, dann nie wieder zu kommen. Das ist eine sehr unschöne Sache. Das Ganze bezeichnet man auch als Gatekeeping. Man wird zum, ähm, Türsteher oder Torwächter, wenn man es so bezeichnen möchte. Und quasi man entscheidet, wer gehört in die Community und wer nicht. Man sorgt unbewusst dafür, dass die Community in einem gewissen Kreis bleibt. In einem elitären Kreis, äh, wenn man es so ausdrücken möchte. Das ist nicht gut. Das kann ich euch gleich sagen, im Großen und Ganzen. Es gibt Sachen, die sind gut. Zum Beispiel, um Trolle auszudieben, das ist klar. Die müssen weg. Ähm, aber manche Sachen sind einfach nicht schön. Das, wie gesagt, das kommt auch heute noch vor. Äh, erst letztes Jahr beim... Bei meinem Showcase meinte jemand, dass, äh, nur zwei Spiele, äh, dort irgendwie Passionen, äh, hätten. Und, oder zwei RPG-Maker-Entwicklerer, äh, Passionen hätten. Und wirklich, äh, volles Herzblut in die Spiele stecken würden. Damit sagt man ja quasi, dass alle anderen es nicht machen. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Manche geben sich da Mühe, arbeiten da wochenlang an ihrem Spiel und kriegen dann zu sagen, dass sie da, ähm, eine Passion für zeigen. Und das ist halt Quatsch. Ja, manch einer hat einen Fulltime-Job und muss danach vielleicht noch irgendwie, äh, sich um seine Kinder kümmern oder so und kann vielleicht nur eine Stunde am Tag oder vielleicht sogar nur am Wochenende mal zwei, drei Stunden an seinem Projekt arbeiten. Dann arbeitet der da irgendwie ein halbes Jahr. Und dann ist klar, ist man halt nicht so weit wie manch anderer, der da halt einfach voll die Zeit hat, sowas zu machen. Das ist einfach logisch. Aber das heißt ja nicht, dass man keine Passion hat. Und, ähm, ja, auch ich persönlich hab schon Gatekeeping betrieben. Und wahrscheinlich auch ihr. Aber kommen wir mal zu mir. Ähm, ich hab letztens Gatekeeping betrieben aus Versehen. Natürlich, das macht man nicht mit Absicht. Sag ich euch gleich. Keiner von euch entscheidet sich, Gatekeeper zu werden. Das macht man aus Versehen. Nicht bewusst. Ähm, man, man sagt, man steht nicht früh auf und sagt, oh, jetzt mal richtig Bock auf Gatekeeping. Ähm, genau, das macht man aus Versehen. Bei mir ist es im Livestream ein bisschen rausgerutscht. Im Livestream ist es ein bisschen ungünstig. Ähm, weil, wenn man einen Kommentar schreibt oder so in einem Forum, dann kann man das vielleicht noch irgendwie, bevor man es abschickt, noch löschen. Ähm, oder, wenn man ein Video macht für YouTube, kann man das auch löschen, bevor man es hochlädt. Ähm, oder bevor man es freischaltet. Ähm, oder so. Aber in einem Livestream, ja, live ist live. Da, äh, wenn, wenn es raus ist, ist es raus. Das ist halt ungünstig. Äh, tut mir auch selber leid. Bin ich ehrlich. Da hat jemand gefragt, wann das nächste Tutorial kommt. Und das, äh, mein letztes Tutorial ja drei Monate her sei. Das ist an sich eigentlich eine ganz normale Frage. Kein Thema. Aber, weil ich die Frage jetzt in den letzten, auf die Uhr guck, ähm, 13 Jahren. Ja, es sind wirklich 13 Jahre. Äh, ich glaube sogar mittlerweile 14 Jahre fast. Na, fast. Äh, fast 14 Jahre. Ähm, in den letzten, sagen wir mal, 13 Jahren plus war das eine der häufigsten Fragen. Und das ging mir irgendwann so auf den Sack. Ähm, bin ich ganz ehrlich. Ich war einfach schlicht genervt. Und an dem Tag war ich auch so halt einfach aus anderen Gründen halt auch genervt. Okay. Ähm, sollte nicht sein. War aber halt so. Und, ja, er hat mich halt gefragt, wann das nächste Tutorial... Oh, nee, ob ich noch Tutorials mache, war, glaube ich, die Frage. Ich hätte einfach antworten können mit einem Ja. Oder ich hätte es einfach ignorieren können. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe dann halt ein bisschen rumgemeckert. Und, ähm, ja. War nicht schön. Bin ich ehrlich. Aber es ist mir halt rausgeplatzt. Ähm, ja. War nicht gut von mir selber. Bin ich ehrlich. Aber ich kann es nicht ändern. Ähm, ich kann es nicht ändern. Und das passiert jedem mal. Und, ähm, sollte nicht passieren. Wir müssen da in Zukunft, wir alle... Ihr könnt ja auch selber mal reinschreiben, wo ihr mal Geldkeeping betrieben habt, aus Versehen. Das ist ja kein Thema. Ihr müsst euch dafür auch nicht schämen. Ich schäme mich jetzt auch nicht wirklich dafür. Also klar, ich schäme mich schon dafür, für das, was ich gesagt habe. Klar, hundertprozentig. Da stehe ich nicht dahinter. Okay? Ich stehe nicht hinter dem, was ich da gesagt habe. Aber ich schäme mich nicht, dass es mir rausgerutscht ist. Weil es passiert halt einfach. Wir sind alles Menschen. Und ihr könnt ja selber mal reinschreiben in die Kommentare, was... Wann ihr so mal denkt, mal Geldkeeping betrieben zu haben, aus Versehen oder so. Habt ihr vielleicht irgendwo mal... Muss nicht so krass sein wie hier oder so. Wie gesagt, es kann auch was Harmloses sein, wo vielleicht ein Neuling sich irgendwie missverstanden gefühlt hat. Irgendwie das Gefühl hatte, er ist ja nicht willkommen oder so. Das reicht ja schon. Oder jemand anderes vielleicht. Ein Streit. Einfach ein normaler Streit mit jemandem. Das passiert ja. Das kann ja normal passieren. Mit mir hat sich das Forum auch mal gestritten. Manch einer erinnert sich vielleicht. Ja, und dann bin ich auch nicht wiedergekommen. Ja, für Monate oder Jahre. Ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt schon für ein ganzes Jahr, ne. Ja, über ein Jahr ist das sogar schon her. Genau, über ein Jahr. Genau, über ein Jahr bin ich nicht mehr wirklich aktiv im Forum. Und ja, ist halt nicht cool sowas, wenn man da halt auch aus Nichtigkeiten teilweise angegiftet wird. Passiert, hundertprozentig. Aber, ja, wir müssen da alle einfach mehr in uns gehen, dass wir das versuchen zu vermeiden. Auch ich und auch alle anderen natürlich durchaus. Aber ich nehme mich da nicht raus. Das ist auch wichtig, dass man auch selbst sich reflektiert. Selbst sagt, hey, das kannst du so nicht machen. Das kannst du so einfach nicht machen. Mir persönlich kann es egal sein. Für jeden, den ich, für jeden Abonnenten, den ich vertreibe, kommt zehn neue. Das ist, mir persönlich ist das vollkommen, am Ende ist es egal. Bin ich ehrlich. Ähm, aber die deutsche Community, die deutsche RPG-Maker-Community ist auf jeden angewiesen. So einfach ist das. Und das ist einfach gerade jemand, der vielleicht wirklich Passion zeigt, der wirklich Spaß an der Sache hat. Ähm, und dann kommt da irgend so ein dummer Donnen und labert da irgendwie scheiße und dann kommt der nie wieder. Das wäre ärgerlich. Und das wollen wir alle nicht. Genau. Also, genau. Schreibt in die Kommentare, wann habt ihr mal, ähm, Gatekeeping betrieben. Oder wann habt ihr es mal selbst erlebt an eigener Haut. Ähm, könnt ihr auch mal schreiben. Ähm, genau. Ähm, wann wurdet ihr mal für eine Demo irgendwie angegiftet oder so. Ich habe auch mal gesehen, in einem RPG-Maker-Forum, ähm, ich glaube, das war sogar im MV-Forum. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, hatte jemand sein Spiel hochgeladen und ich glaube, die einzige Kritik, die er bekommen hat, äh, war wegen irgendwelchen Rechtschreibfehlern im Spiel. Denkt man sich auch so, ähm, muss das sein? Oh, Mann, dann sagt doch wenigstens noch irgendwas anderes zum Spiel. Irgendwas. Ihr versteht, was ich meine, oder? Es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Ähm, irgendwas Konstruktives halt noch. Ja, Rechtschreibfehler ist auch irgendwo konstruktiv, wenn man... Aber, ähm, ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen mehr kann da schon kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ist egal. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr so an Erfahrung gesammelt habt. Ähm, wo ihr mal das Gefühl hattet, dass jemand, ähm, quasi euch so behandelt hat, dass ihr keinen Bock mehr auf die Community hattet. Zumindest für einen Moment. Weil ihr seid ja immer noch hier. Gut. Ähm, genau. Anderes Beispiel aus anderen Communities zum Beispiel. Nehmen wir mal ein gutes Beispiel des Dark Souls. Die Dark Souls Community. Ähm, da gibt's oftmals, wenn du dort Dark Souls spielst und dann schreibst du so irgendwie oder, oder, ähm, redest darüber, schreibst darüber, whatever. Und dann, und dann kommt da plötzlich einer und sagt dann sowas wie, was? Was? Mit der Waffe hast du gespielt? Das ist doch lächerlich. Damit machst du das Spiel doch viel zu leicht. Was als Magier? Oh, ne, das ist nichts wert. Da hast du nicht Dark Souls gespielt. Als Magier ist doch nicht Dark Souls. Ungefähr so. Ihr kennt das, glaub ich, alle, äh, aus der Dark Souls Community. Hat sich ein bisschen gebessert über die Jahre. Aber, war früher bei der Dark Souls Community tatsächlich extrem. Auch sehr unangenehm. Da kommst du dann auch nie wieder zurück zu der Dark Souls Community. Wenn du einfach nur angegiftet wirst, du freust dich, hast das Spiel gerade durchgespielt. Und wenn's als Magier ist, ist doch vollkommen egal. Du hast das Spiel durchgespielt, freust dich. Es war dein Personal Run, äh, dein First Run. Und dann kommt da einer und labert dich irgendwie dumm von der Seite zu. Das ist halt, du hast dann keinen Bock mehr auf die Community. Das ist, in jeder Community gibt es sowas. Aber die RPG Maker Community hat das Problem, dass sie halt massiv schrumpft. Und je mehr Gatekeeping wir betreiben, desto schneller schrumpft sie. Und je weniger wir betreiben, desto langsamer schrumpft sie. Versucht es einfach irgendwie zu minimieren. Versucht es zu reflektieren. Versucht darüber nachzudenken. In Zukunft, wenn mich jemand fragt, ey, machst du noch Tutorials? Dann werde ich das zähneknirschend einfach hinnehmen. So wie ein Aiblali hinnehmen muss, magst du Bratwurst? Es ist halt einfach so. Und wenn das die häufigste Frage ist, die du beantwortest, dann ist das halt die häufigste Frage, die du beantwortest. Und dann nervt es halt massiv. Über 13 Jahre hinweg. Ich hatte da auch mal einen Fall. Das war mal eine kleine Anekdote. Da hatte ich, ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, Tutorial hochgeladen. Drei Tage in Folge. Ähm, und am vierten Tag hat mich, hat mich tatsächlich einer gefragt, wann kommt das nächste Tutorial? Das, ich bin so aus meiner Haut gefahren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist halt echt so. Das ist so hart manchmal. Das ist die häufigste Frage, die mir gestellt wird. Machst du noch Tutorials? Wann kommt das nächste Tutorial? Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt auch hier in die Kommentare schreiben. Und mittlerweile schmunzle ich drüber. Ich hab, ich, es ist, Selbstreflexion ist wichtig. Man muss auch ein bisschen drüber nachdenken, was hat, das ist, ihr meint es nicht böse. Und ihr könnt auch nichts dafür, dass das tausend Leute vor euch auch gefragt haben. Das ist, ist ja logisch. Ist ja logisch. Gut. Danke, ähm, das war's soweit von mir in diesem Video. Versucht einfach euren Umgangston ein bisschen zu bessern. Drüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich der Community hilft. Es geht hier nicht um euch persönlich. Und, genau, stopp, 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 ist noch nicht vorbei. Genau. Und wenn ihr ein Problem habt mit irgendjemandem in der Community, und sei es mit mir, sei es mit mir, ist mir vollkommen egal, dann schreibt die Person vielleicht mal privat an, ähm, und versucht das irgendwie zu klären. Das ist, das ist extrem wichtig. Wenn ihr, wenn ihr euch irgendwie ungerecht behandelt fühlt, oder sonst irgendwas, schreibt die Person an, klärt das irgendwie. Haut nicht einfach ab, gründet nicht eure eigene Community irgendwo in einem zweiten Forum, zwinker, zwinker, ähm, sondern, ähm, ja, versucht da irgendwie aufeinander zuzugehen. Jedes Problem kann gelöst werden. Und wenn euch zum Beispiel hier das Game-Dev-Café aus irgendwelchen Gründen nicht gefällt, dann, dann, dann schreibt Kentaro an, oder so, sagt, hey, du, kannst du da irgendwas machen? Hier, das und das hätte ich gerne. Zum Beispiel hier, Kentaro, warum gibt es hier eigentlich noch keinen eigenen Bereich für mich? Hier, ich brauche einen eigenen Bereich. Ähm, hier, hier, bei Plauderecke hätte ich gerne hier noch, äh, Don F's Plauderecke, oder so. Nee, Spaß, aber, ähm, obwohl, warum nicht? Warum nicht? Hey, Kentaro, ich brauche meine eigene Plauderecke. Ich, ich brauche meinen eigenen Bereich. Ich brauche meinen eigenen Bereich. Ja, doch, 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 brauche ich. Brauche ich. Kentaro, brauche ich. Doch, ich habe beschlossen für meine Community. Wenn sich genug Leute hier im Game-Dev-Café anmelden von meiner Community, brauche ich das. Okay, Kentaro? Wenn du das Video hier anguckst, Kentaro, ne? Ich, ich sage es nochmal, dann brauche ich meinen eigenen Bereich, aber nur, wenn sich genug Leute anmelden, sonst ist es Blödsinn. Ähm, okay, nee, Spaß, ähm, obwohl, doch, 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 mach mal so, okay? Wenn sich genug Leute anmelden, Kentaro, ich kriege meinen eigenen Bereich. Ist so, ist so, ist so, oder? Ne? Hier, Custoway von Luigi übrigens spielen. Cooles Spiel, Custoway. Gleich mal liken. Hey, ich will nicht zum letzten, ich will zum, genau, hier, gleich mal liken. Genau, und vergesst nicht auch immer schön liken, auch das Video hier. Immer schön liken. Allein ist so ein Herz, das macht so viel aus. Hier, Luigi wird sich freuen über die acht Herzen, die er bekommen hat. Der wird sich freuen, der wird sich denken, oh, Don F., der denkt an mich, cool. Und das war vollkommen kostenlos. Es ist kostenlos. Es tut euch nicht weh, einfach mal ein Herz zu geben. Es ist kostenlos, genau wie auf YouTube ein Like. Tut nicht weh, macht es einfach. Lasst ein Like da. Liebt die Leute. Ladet euch Custoway runter, spielt es. Und, und, und schreibt, warum das so cool ist, das Spielen, ne? Ist nämlich mega cool. Ist wirklich cool, das Spiel. Custoway ist wirklich cool. Ich fand's gut. Wer hat's auch irgendwann spielen, wenn's in der Fallversion ist. Luigi? Ähm, streng dich an. Okay. Danke auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ich hoffe, dass ihr bei meinen Events mitmacht, bei allen Events. Und macht auch beim Forum mit. Soweit wie's möglich ist, natürlich, klar. Wenn ihr irgendwie ne Großmutter zum Pflegen habt, pflegt die Großmutter. Scheiß auf RPG Maker. Aber, wenn ihr Zeit habt, dann, ja. Ihr wisst, was ich meine. Gut. Danke. 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 Vielen Dank.